Die Tischlerei Albrecht wurde 1966 durch meinen Großvater Alfred Albrecht gegründet. Anfangs war es eine Tischlerei für Möbel, Treppen und Fenster, bis wir uns 1988 auf die Produktion von Holzfenstern spezialisiert haben. Seitdem haben wir uns kontinuierlich vergrößert und haben 2006 die neue Halle hier in Rindeln in der Röntgenstraße gebaut. Durch die Anschaffung einer CNC-Fensteranlage und der Versicherungsanlage können wir heutzutage auf modernste Art und Weise Holzfenster produzieren und liefern. Unsere Hauptaufgabe liegt darin, eine Zwischenverkäufer zu beliefern mit Holzfenstern, Holztüren, Holzhaustüren und Holzaluminium-Elementen. Die Farbbehandlung findet durch Remmers auf umweltfreundlicher Basis statt. Lasuren fertigen wir nach unserer Farbkarte, die gerne auf Wunschbau bei uns erhältlich sind. Ansonsten sind alle gängigen Ralfarbtöne bei uns verfügbar. Besuchen Sie uns gerne und jederzeit bei uns im Rindeln in unserer Ausstellung und lassen Sie sich von uns beraten. Bis zum nächsten Mal.